Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Samstagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir heute Lukas Dombrovski. Ich freue mich, Lukas. Hallo André. Lukas, wir haben ein ganz spezielles Thema. Wir reden über, ich würde mal sagen, alternative Fußball-Ligen oder Fußball-Mini-Ligen, je nachdem wie man es will. Es gibt ja einige, die schon an den Start gegangen sind. Die Kings League zum Beispiel in Spanien von Gérard Piquet initiiert. Es gibt die Borla League. Mats Hummels, Lukas Podolski ganz vorne mit dabei. Und im Sommer kommt auch noch die Icon League dazu. Toni Kroos ist da ganz vorne mit dabei, zusammen mit dem, ich würde sagen, einem der größten Influencer, die es so auch im Sport-Gaming-Bereich gibt mit Eli Geller, Elias Nährlich. Fangen wir mal an mit der Kings League, denn das waren ja so ein bisschen die Vorreiter. Du warst in Spanien, du hast Gérard Piquet besucht und hast dich natürlich gefragt, was hast du da eigentlich gemacht? Ja genau, das war letzten Herbst das Finale seines Kings Cups, also so eine Art Pokalwettbewerb aus dieser 7 gegen 7 Liga, die er ziemlich genau vor einem Jahr erfunden hat und die schnell in Spanien echt ein Riesenthema geworden ist. Also die Mischung aus Influencer als Präsidenten oder Ex-Stars, dazu hochklassige Amateurspieler plus Ex-Profispieler, die mitspielen. Das war eine Mischung, die in der ganzen Aufmachung auch online viel über Twitch, auf Social Media irgendwie schön aufbereitet. Das war in Spanien ein Riesenerfolg und da durfte ich dann ein bisschen länger mit Gérard Piquet drüber sprechen. Und sowohl er hat bestätigt, die Zahlen sind super, da waren teilweise Einschaltquoten höher als bei so kleineren La Liga-Spielen. Weil, wenn man alles zusammenrechnet, Twitch, YouTube etc., da echt Massen da auch zugucken. Und ich war zu Gast bei diesem Kings Cup Finale, also einem Live-Event im großen Stadion von Malaga. Zwei Halbfinals und Finale wurden da gespielt, sowohl Männer als auch Frauen in der Liga. Auf Naturrasen denn? Genau, auf Naturrasen in La Rosaleda, also im großen Stadion. Ich glaube, etwas über 30.000 waren da, aber schon mal ein Finale im Camp Nou. Und ich muss sagen, das waren sechs Stunden tolle Unterhaltung. Also da war so viel Geboten, so viel Schnelligkeit, die Spiele waren spannend, viele Elemente dazwischen. Inzwischen durch Musikstars, die aufgetreten sind, Interviews mit den Stars. Also da hatten viele Leute lange viel Spaß und das war echt ein Erfolg. Wir müssen, glaube ich, nochmal erklären, weil ich mir sicher bin, dass nicht alle Stammis auf dem Schirm haben, was ist denn die Kings League, was ist das für ein Modus, was wird da wie gespielt? Da wird Kleinfeldfußball gespielt, würde ich jetzt sagen, also ein 7 gegen 7 mit zwölf Mannschaften und ein bisschen sich änderndem Ligensystem und jede Mannschaft neu gegründet, also nicht irgendwie an irgendeinen Verein angebunden, sondern wirklich quasi neu gegründete Mannschaften. Alle unterm Dach dieser Kings League und zu jeder Mannschaft gehört ein Präsident, was dann ein sehr bekannte Influencer, Streamer ist oder Ex-Profis wie Casillas zum Beispiel. Und in der Mannschaft sind dann zwölf Spieler, teilweise dann auch noch verstärkt durch Legenden, da ist schon mal Ronaldinho dabei gewesen, da ist mal Pirlo dabei gewesen. Ansonsten sind es so Amateurspieler, die gedraftet wurden dafür und die spielen zweimal 20 Minuten mit ganz vielen Sonderregeln. Also das geht los mit einem, der Ball liegt in der Mitte und alle Starten von ihrer Torlinie laufen Richtung Ball. Es wird ausgewürfelt, wie viele Spieler am Ende einer der ersten Halbzeit auf dem Feld stehen. Es gibt Geheimkarten wie Sofort-Elfmeter oder Platzverweis für den Gegner, die die Trainer dann legen können. Also so eine ganz aufregende Art von Fußball mit ganz vielen Sonderregeln und sehr viel kurzweiliger. Aber 22 Minuten klingt für mich jetzt erstmal auch relativ lang. Genau, aber es ist eben durch diese ganzen Elemente unfassbar kurzweilig. Wie viele Spiele hat man da an so einem Spieltag? Jede Mannschaft hat ein Spiel pro Spieltag. Beziehungsweise es gab jetzt über das ganze Jahr auch unterschiedlichste Wettbewerber. Es gab zweimal eine Liga, aufgeteilt in zwei Gruppen und dann in einem Final Four Turnier. Dann gab es wieder diese Art von Pokal, wo es am Ende dann so ein Viertelfinale und ein Halbfinale gab. Dann gab es am Ende sogar eine Weltneuheit, wie sie gesagt haben, einen Pokalwettbewerb, wo von jedem Verein, denn bei der Kings League gibt es jeweils eine Frau und eine Männermannschaft, wo sozusagen Vereine angetreten sind und das Hinspiel spielen die Männer und das Rückspiel spielen die Frauen. Also die Neuerung gab es dann auch noch. Deswegen ist so ein bisschen, ist auch viel Learning by Doing dabei. Viele der Regeln erinnern sich auch. PG hat mir erzählt, dass seine Kinder gerne auch mal sagen, mach mal das nochmal oder die Actionkarte oder die Sonderregel bitte abschaffen oder da neu dazupacken. Also es ist auch sehr schnell und sehr nah auch dran an der Community. Also ich sage mal, wenn da 100 Leute in den Kommentaren bei Twitch oder sonst wie schreiben würden, schafft die Regel ab. Ich glaube, dann würden die auch schnell drüber nachdenken. Es fällt auch ein großer Unterschied zum klassischen Fußball. Lass uns gerne mal in die Töne von Piquet reinhören. Also wir haben ja ein bisschen was, du hast was mitgebracht aus Spanien. Nochmal hören, was er sagt. Es gibt viele Gründe, warum die Kings League so erfolgreich ist. Der erste ist, dass es sich um Fußball dreht. Fußball ist für viele Menschen so wichtig. Er ist der meistverfolgte Sport weltweit und in Europa umso mehr. Dazu sind wir näher an Videospielen als am Fußball. Ich denke, Videospiele sind ein wichtiger Teil des Lebens junger Leute. Und das dritte ist, würde ich sagen, dass die Follower der Streamer, denen die Teams gehören, sehr eingebunden und als Fans loyal sind. Und das bedeutet, dass die Communities sehr nah dran sind. Dadurch haben wir jede Woche große Zuschauerzahlen und alle drei Monate auch volle Stadien für die Finals. Ja, diese Influencer, da kommen wir bei der Border League ja auch noch zu. Die spielen eine sehr große Rolle, denn klar, die bringen direkt eine Community mit, ne? Genau, das ist auch das Schwerbesondere, glaube ich, dabei, diese Brücke zu schaffen zwischen irgendwo Elementen aus dem klassischen Fußball, Legenden des klassischen Fußballs und aber auch, wie du sagst, Reichweite und eben auch absolut fußballbegeisterte Influencers. Das sind nicht irgendwelche, die einfach nur Reichweite haben, sondern die haben Reichweite. Im besten Fall sogar, weil sie was mit Fußball machen, weil sie FIFA streamen, weil sie spezielle Podcasts dazu haben, weil sie bekannt sind als Fußballfans. Und die Mischung ist natürlich total, total attraktiv dafür. Er hat jetzt damals, das ist ja schon ein bisschen her, also ich erinnere mich, ich war bei den Kollegen von Intua National, als das ausgestrahlt wurde, als Experte da, das muss Ende letzten Jahres gewesen sein. Im Oktober, ja. Genau, hat er gesagt, ja, deutscher Markt ist ein bisschen anderer Markt und wir konzentrieren uns erstmal auf Spanien, auf Lateinamerika. Wie sieht denn die Situation aktuell aus? Also sind die Pläne noch so? Kommt er mit seiner Kings League nach Deutschland? Ist es erstmal auf Eis gelegt, weil die Konkurrenz jetzt ja auch da ist? Nö, es klingt langsam konkreter. Also die erste Neuerung ist, dass jetzt so ein Amerika-Ableger legt jetzt gerade in diesen Wochen los. Also das ist so die erste Expansion. Die haben sogar eine eigene Abteilung in der Firma, die dahinter steckt, für Expansion. Und da habe ich mal mit einem gesprochen und der hat ja so durchblicken lassen, dass man weiterhin sehr genau prüft in Deutschland. Es geht so ein bisschen um den richtigen Moment einzusteigen. Also sie sind gerade noch in Gesprächen mit Sponsoren, mit Influencern, mit Mitspielern da einzusteigen. Aber es ist weiterhin der Plan, dass man nach Deutschland kommt und auch, und da habe ich jetzt nochmal nachgefragt, die Border League legt los oder hat schon losgelegt, Icon League ist schon angekündigt, auch mit prominenten Namen. Das guckt man sich an, sagen sie, aber sind selbst von sich überzeugt, dass sie quasi das Original geschaffen haben und damit auch am besten Bescheid wissen und selbst die Produkte in Deutschland hinbekommen. Also da sozusagen wäre ein dritter Konkurrent auf dem Markt auch für Deutschland mit der Piquier-Seite. Dann kommen wir doch zur Konkurrenz. Kommen wir zur Baller League. Das ist die erste, die in Deutschland an den Start gegangen ist. Und als ich mir so das Line-Up der, ich sage mal, Teamchefs angeguckt habe, da dachte ich, boah, das ist ja schon schwierig für alle anderen, auch für die Icon League, die noch kommt, für die Kings League, die möglicherweise ja auch Influencer abgreifen will, die im deutschsprachigen Raum was zu sagen haben und Reichweite mitbringen, denn die haben schon zumindest, was das Personal um die Teams herum angeht, richtig aufgefahren. Da sind Leute wie Felix Lobrecht mit dabei, Leute wie Montana Black, das sind ja richtig, richtig große Leute. Absolut, das ist für mich auch so als Außenstehender so die größte Frage dahinter, was da so die verschiedenen Effekte sind. Border League hat jetzt losgelegt, daran gewöhnt man sich vielleicht an die Logos, an die Trikots, an die Leute. Wie du sagst, das sind ja auch echt große Streamer mit dabei, mit großen Zahlen. Andererseits kommt da jetzt eine eigene League auch nach, die vielleicht mit groß und näherlich jeweils so den vielleicht gerade stärksten Fußballer oder deutschen Fußballer auf der einen Seite hat und andererseits vielleicht auch den, je nachdem wie man zählt, Reichweitenstärksten oder erfolgreichsten Streamer auch Deutschlands hat. Also da sozusagen über die Namen schon richtigen Impact hat. Und dann eben möglicherweise die Kings League, die einfach das schon am besten kennt aus dem Ausland und da vielleicht so die größten Learnings irgendwie hat. Also das ist so, wer sich da warum, wie durchsetzt, ist somit das Spannendste. Und wie du sagst, also der Kampf um Legenden, um Präsidenten, um Stars, die da mitspielen, der dürfte im Hintergrund richtig toben. Ich glaube, Elias Nerlich hat das selbst erzählt, als er erzählt hat, warum er quasi sich selbst dafür entschieden hat, diese eigene League mit groß zu machen. Dass ihn da auch schon genug andere gefragt haben und dass er schon oft Anrufe bekommen hat, die ihn auch haben wollten für ihre Ligen. Er das aber selbst eben mit groß durchziehen wollte. Wenn man die Border League mit der Kings League vergleicht, was willst du sagen? Was sind da Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Bei den Gemeinsamkeiten schon so der Grundaufbau an neu gegründete Teams, diese Mischung aus Ex-Spielern oder auch teilweise über Spielern, die noch in gewisser Weise aktiv sind. Genau, bei Ex-Spielern kann man sagen, zum Beispiel Moritz Leitner ist mit dabei, habe ich gesehen. Richard Zucuta-Paso ist mit dabei. Genau, Sascha Bigalke, Diego Contento, wir Stammis, wohl bekannte Namen aus den letzten Jahren, Bundesliga. Und das sind ja auch nur die auf dem Feld, auch Chris Kramer und Mats Hummels sind da ja als sozusagen Liga-Präsident beziehungsweise ja auch Klub-Präsident dabei, die ja selbst Bundesliga spielen, also die sich quasi den Montag dafür freischaufeln. Also die Mischung ist ja schon ähnlich, dass es dann auf einem kleinen Feld, das ist eines sieben gegen sieben, das andere ist gegen sechs gegen sechs. Das ist natürlich auch schon irgendwie nah dran, dass es Sonderregeln gibt. Auch bei der Baller League sind jeweils die letzten drei Minuten, eine Halbzeit am Sonderregeln mit nur Balli-Tore zählen oder ein Eins gegen Eins oder jedes Foul ist ein Platzverweis. Also da gibt es schon so Elemente. Was der Unterschied ist und was mir auch so die Leute von der Baller League erzählt haben, ein bisschen das Grundverständnis, die Kings League und Piqué selbst sagt auch, dass er so ein bisschen diese Videospiel-Anmutung mitnehmen will. Also das, was so spannend ist beim FIFA-Zocken, beim Mario Kart-Zocken, also so diese schnellen Elemente, die das Spiel so komplett nochmal verändern können. Ein Beispiel bei der Kings League ist so dieser Start, wo man von der eigenen Torlinie losläuft Richtung Ball. Da gibt es vorher so eine Ampel wie bei Mario Kart, wenn man startet. Das sind so kleine Elemente, die dann Leute auch von den Tönen erkennen aus dem Videospiel. Das will die Baller League nicht sein. Die wollen am Meer so den Ansatz, Bolzplatz, Buten, Zauber früher zurückzuholen. Da gibt es jetzt eine neue Regel. Drei Ecken sind ein Elfer, beziehungsweise ein Penalty. Das ist so ein bisschen so die Grund-Herangehensweise, der Grundton dahinter. Das eine ist ein Tick mehr Videospiele, so ein Mischung aus Fußball und Videospiel. Und das andere ist mehr in Richtung alte Bolzplatz-Dynamik wiederherstellen. Das war so ein bisschen, als ich die ersten paar Spiele in der Baller League gesehen habe, habe ich mich so erinnert gefühlt an Hallenmasters auf DSF. So ein bisschen. Na klar, du hast gesagt, die Sonderregeln und so kommen dazu, aber so dieses Feeling hast du erstmal. Absolut, auch so, wenn man so die Felder anguckt, wenn man die Abläufe anguckt, wie die Pässe laufen. Auch so die Kameraperspektive erinnert ja auch total daran. Und der Bande fehlt vielleicht noch. Also es ist ja überall Haus. Das ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied. Und das ist ja absolut das, was auch viele, also was damals spannend war, was viele gerne zurück hätten, beziehungsweise was viele hoffen, dass es wieder für Spannung sorgt. Lukas, ich habe mit einem Spieler aus der Baller League gesprochen. Mit Patrick Papa Christo Dulu wird in der Baller League nur Papa genannt, hat er hinten auf seinem Trikot stehen, spielt für Tisi Schubech und Gamer Brothers für die VfL Zimbos. Und ich habe ein kleines Interview mit dem gemacht. Super guter, sympathischer Typ. Wir hören da mal rein, was so seine Beweggründe sind. Ist ganz interessant, der spielt momentan auch in der Oberliga Niedersachsen beim Tabellenführer zu Spersenbrück. Da muss es ja auch erstmal ein Go geben. Aber wir hören mal rein. Ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat. Moin Papa. Moin André. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Total gerne. Und ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte. Du musst mir zuerst mal verraten, wie kommt man eigentlich zur Baller League? Das war eigentlich tatsächlich aus Jux und Tollerei. Ich habe ein bisschen rumgestöbert bei Instagram, habe dann bei Instagram so eine Werbeanzeige gesehen von der Baller League. Und da bin ich natürlich ganz stutzig geworden. Ich habe gesagt, oh okay, gucken wir uns das mal näher an. Und dann wurde ich halt direkt so ein Bewerbungsformular weitergeleitet. Und habe dann das Bewerbungsformular natürlich ausgefüllt. Ich habe mir dabei aber auch gar nicht großartig was gedacht. Und dann kam halt irgendwann, ich glaube drei Wochen später war das, drei, vier Wochen später, habe ich dann eine Einladung bekommen zum Combineday nach Köln. Da war dann da die ganze Überlegung, mache ich es, mache ich es nicht. Das ist natürlich immer so eine Sache, ob man dann da wirklich sagt, man fährt dann alleine nach Köln mit irgendwie in der Hoffnung, irgendwie genommen zu werden. Und dann tatsächlich an dem Tag, als es dann stattgefunden hat, wollte ich morgens erstmal gleich aufstehen. Und dann hat meine Frau mich aufgeweckt. Und dann meinte sie mir so, hey komm, steh auf und geh da hin. Und dann habe ich mir gedacht, weiß ich nicht. Und dann hat meine Frau mich das zweite Mal aufgeweckt. Und dann habe ich gesagt, komm, okay, alles klar. Ich muss da auf jeden Fall hin. Genau, und dann war das halt so ein Prozederal, dass du da halt ein paar Challenges machen musstest. Unter anderem Weitsprung, Hochsprung, Schnelligkeitstest, Eins gegen Eins, wirklich Cagefight. Also sprich, dass du da wirklich in so einem kleinen Käfig drin warst. Und musstest dann halt auf Tunnel, auf Panah, auf Zweikämpfe gehen. Dass du halt wirklich jedes Mal in der Aktion drin bist. Dann wurde noch am Ende Schusskraft gemessen. Genau, und dann hatten wir noch am Ende so eine Spielform, 4 gegen 4, wo dann die Scouts und einige Teammanager da vor Ort saßen. Und sich dann halt Spieler aufgeschirmt haben, die halt gut gepunktet haben. Und in dem Spiel war ich natürlich halt ganz gut. Da hat mein Team 10-0 gewonnen. Ich habe drei Tore gemacht, zwei vorbereitet. Das heißt, das war eigentlich ein guter Start für mich natürlich. Genau, und dann nachdem dann der Combined Day zu Ende war, bin ich dann halt wieder zurückgefahren. War dann halt von 6 Uhr morgens bis, ich glaube, 15 Uhr unterwegs. Dann wusste man natürlich halt nicht, wird man genommen, wird man nicht genommen. Dann kam halt tatsächlich am 24. Dezember schon die Nachricht von einem der Veranstalter von der Bauer League per WhatsApp. Hat er mir geschrieben, hey Maschine, ich wollte dir jetzt schon mal mitteilen, dass du es gepackt hast. Du bist beim Draft Day dabei. Du wirst in den nächsten Tagen nochmal eine E-Mail bekommen von uns. Und genau, dann kam halt, glaube ich, sogar drei, vier Tage später kam dann die E-Mail, wo ich dann die Einladung bekommen habe zum Draft Day, die dann am Anfang des Jahres stattgefunden hat. Und dann, genau, bin ich halt hingefahren. Und wurde halt dann, ja, an sechster Stelle vom Gamer Brother und in den Tisis gepickt. So war das einfach mal in der Kurzform, wie ich halt dann zur Bauer League gekommen bin. Du bist fußballerisch jetzt ja auch kein ganz unbeschriebenes Blatt, ne? Du spielst momentan in der Oberliga. Für die Stammis, die das nicht gerade auf dem Schirm haben, das ist die fünfthöchste Liga in Deutschland. Und hast dir trotzdem gesagt, ja, Bauer League des Mai auch noch. Bin aktuell beim TUS Bersenbrück in der Oberliga in der Sachsen, sind jetzt aktuell Erster, also Tabellenführer, haben zwar drei Spiele mehr als Kickers Emden. Wollen auch unbedingt aufsteigen, spielen also, wie gesagt, um den Aufstieg mit. Aber ich, sag mal so, ich habe mir jetzt schon immer mal vorgenommen, an irgendwelchen Formaten mitzumachen, was halt einfach aufgrund dessen von dem ganzen Fußballtraining und Fußballvorbereitungen nie geklappt hat. Und ich halt dann auch dem Fußball auch immer eigentlich alles untergeordnet habe. Und dann habe ich mir halt gesagt, so, hey, komm, ich bin jetzt noch in der Blütezeit meines Lebens, Mitte 20. Und dann habe ich gesagt, komm, da musst du einfach mal mitmachen, wenn es klappt, klappt es. Und ja, klar, erhoffe ich mir natürlich halt dann da auch jetzt nochmal was neben dem Fußball aufzubauen. Mach zwar noch gerade meine Ausbildung, die jetzt dann jetzt im April auch zu Ende geht, aber will mir natürlich dann auch irgendwie so im Social-Media-Bereich auf jeden Fall noch ein zweites Standbein aufbauen. Und genau, da habe ich mir halt gedacht, dass das natürlich auch dann noch das richtige Format ist, weil ich halt einfach Fußballer durch und durch bin und dass das dann auch einfach passt. Dann würde mich ja mal interessieren, was hat denn dein Verein als ambitionierter Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen gesagt, als du da dann hingekommen bist und gesagt hast, oh, wisst ihr was, ich mache jetzt nicht nur bei euch hier den Verteidiger in Bersenbrück, ich will auch noch Border League spielen montags und bin dann im Zweifel auch nicht da. Da muss ja wahrscheinlich einiges geklärt worden sein, oder? Ja, tatsächlich, das war eigentlich ganz witzig, sag ich mal so. Ich habe mir dabei erst mal gar nichts gedacht, ich habe mich da ganz normal beworben. Als ich dann die Einladung bekommen habe, da habe ich das halt einem Freund geschickt. Der Freund meinte dann zu mir, boah, ey, du musst es aber mit einem Verein abklären. Ich so, wie muss ich mit einem Verein abklären? Da habe ich mir da wirklich überhaupt nichts Böses bei gedacht. Und ja, dann war ich mir nicht sicher, sei ich das jetzt dem Verein oder warte ich jetzt erst mal ab, was da jetzt beim Draft Day kommt. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ja, komm, rufst du mal eben den Trainer an und unseren sportlichen Leiter. Die haben halt gesagt, ja, jetzt sind Draft Day, weil da jetzt halt erst mal nichts mit Fußballtraining ist, kann ich wohl hingehen. Sollte ich aber dann da wirklich gepickt werden, dann werde ich es halt auf jeden Fall weiter klären müssen. Und klar war der Verein erst mal ein bisschen skeptisch in der Sache, weil sie natürlich gesagt haben, hey, wir sind gerade im Aufstiegskampf, wir wollen unbedingt aufsteigen. Was ist, wenn du dich verletzt? Weil ich halt auch einfach aktuell auch Stammspieler bin und auch jedes Spiel spiele. Und da war natürlich dann so ein Zwierspalt, ob es mir erlauben soll oder nicht. Aber ich muss jetzt sagen, da auch nochmal ein großes Dankeschön an Thusbersenbrück und natürlich auch an meinen Arbeitgeber, dass die halt sagen, hey, die unterstützen mich da und supporten mich da. Ja, genau. Und dann halt musste ich natürlich dann immer mit allen Beteiligten dann da sprechen. Und da haben sie mir halt gesagt, solange ich weiter 100 Prozent Gas gebe, natürlich für den Verein, dass wir dann auch das Ziel gemeinsam schaffen mit dem Aufstieg. Und aber auch natürlich, dass ich die Ausbildung nicht vernachlässige, stehen sie mir da komplett hinter und unterstützen mich da auch dann in jeder Hinsicht. Auch einfach mal so als Beispiel dafür, wenn wir Montagstraining haben, kriege ich Montags frei. Und auch bei der Arbeit werde ich einen halben Tag freigestellt, um halt dann wirklich dann immer um 12 Uhr dann rüber nach Köln zu fahren, um halt dann da auch bei der Border League teilzunehmen. Wie zufrieden bist du mit deiner Teilnahme bis jetzt? Also du hast ja wahrscheinlich schon den ein oder anderen Kontakt geknüpft. Super Medienpräsenz, ist ja klar, bei den ganzen Streamern, in den Streams bei Twitch. Läuft gut, was meinst du? Ja, das auf jeden Fall. Also super viele bekannte Gesichter da, Influencer dabei, Fußballprofis, wo man immer aufgeblickt hat, aufgesehen und gesagt hat, hey, boah, so will ich auch mal werden oder da will ich hin. Klar, also erster Spieltag ging natürlich super. Wir haben 6-0 gewonnen gegen einen der Favorites Teams. Da war mein Gegenspieler ein Contento und Moritz Leitner. Contento habe ich jetzt noch in meiner Hosentasche. Nee, das war wirklich ein Einstand nach Maß. Wir haben 6-0 gewonnen. Ich habe zwei Tore gemacht, eine Vorlage gemacht. Das heißt, der Start war schon super. Zweiter Spieltag wiederum war dann wieder so, wo ich sage, okay, haben wir mehr oder weniger mit Glück gewonnen, weil da dieser Gamechanger kam. Jetzt dann im dritten Spieltag haben wir dann natürlich verloren gehabt gegen Eintracht Spandau. Da waren wir nicht so stark. Da war ich ein bisschen auch enttäuscht von mir selber natürlich auch. Jetzt am vierten Spieltag haben wir 2-2 gespielt. Ich habe wieder ein Tor gemacht. Klar war es jetzt nicht das beste Spiel von uns, aber ich sage mal so, ich als Verteidiger vier Spiele, drei Tore, zwei Assists. Das ist, glaube ich, wo man mit zufrieden sein kann. Vor allem auch als Verteidiger dann. Das ist ein aktuell dritter Platz. Sprich, Stand jetzt wären wir bei den Final Four dabei. Und ja, klar, ich probiere mir da natürlich was aufzubauen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Felix Lobrecht interviewt. Das wird jetzt zeitnah auf meinem Instagram-Account dann auch folgen. Und das wird dann auch so ein bisschen mein Content sein, dass ich da wirklich sage, ich werde die Leute da interviewen, einfach mal Fragen stellen, die sich sonst keiner fragt oder sich keiner traut, den Leuten dann zu fragen. Ich habe Großes vor. Klar muss ich natürlich jetzt aktuell noch ein bisschen abwägen mit der Ausbildung und mit dem ganzen Drumherum. Aber wenn ich dann die Ausbildung dann gepackt habe, dann wird auch natürlich nochmal noch mehr kommen und noch mehr folgen. Das ist natürlich jetzt eine Situation, die dich bekannter macht. Du hast schon ein paar Tore gemacht, also Leistung war ganz gut. Hast natürlich jetzt auch Papa hinten auf dem Rücken stehen. Das hat so ein bisschen Kultfaktor, einen schnellen Wiedererkennungswert. Wie willst du das für dich nutzen jetzt in Zukunft? Definitiv, also du hast auf jeden Fall recht. Es ist richtig geil, muss ich sagen, dass ich verglichen werde mit einem Sokrates, mit einem Papadopoulos, weil ich halt einfach natürlich auch dann den ähnlichen Nachnamen habe wie die. Im Griechischen das Papa ist natürlich dann halt einfach cool. So jeder nennt mich Papa, wirklich Spieler, Influencer. Jetzt auch gegen Mitterung Berlin, Lukas Podolski war in einer Seitenlinie. Auf einmal ruft er mit einem Spiel drei, vier Mal Papa, 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 ich gucke ihn an. Er macht einen Daumen nach oben und lacht. Also das hat natürlich einen großen Vorteil, auch für mich dann natürlich, wie du sagst, dass halt einfach dann sozusagen mein Name einfach ein bisschen Kult dann auch ist. Alle nennen mich Papa. Dann ein Robby Hunkel, der mich da halt einfach super moderiert und in den Kommentaren dann einfach rumschreit. Papa, Papa, kriegst du nur noch am Ball. Und das ist einfach geil. Und klar, ich müsste lügen, wenn ich jetzt natürlich nicht probiere, das irgendwie zu nutzen natürlich. Klar ist mein sportlicher Teil auch wichtig, aber wie halt schon gesagt, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen. Und ich erhoffe mir natürlich, dass es halt dann auch dann auch vielleicht auch aufgrund meines Namens und auch mit meiner Art, wie ich dann auch vielleicht auch bin, ein bisschen durchgeknallt, dass es halt irgendwie dann auch zum Erfolg kommt. Und ja, ich erhoffe mir, dass es dann irgendwie natürlich auch dann nach der Bolik dann darüber hinaus auch noch weitergeht für mich. Was würdest du denn sagen, was ist dein Ziel? Also du spielst momentan in der Oberliga, beim Tabellenführer, möglicherweise steigt er auf. Dann ist es die Regionalliga. Das ist die vierthöchste Liga in Deutschland. Spielst du noch in Richtung Profifußball? Würdest du sowas machen oder sagst du, nee, alles auf die Karte Influencer? Was hast du vor? Ja, also mein Plan. Also ich sage mal so, klar, wenn natürlich jetzt nochmal ein Angebot kommen sollte aus einer Profiliga, sei es erste, zweite, dritte Liga, würde ich sagen, okay, kann man drüber nachdenken, ob es sich lohnt, ob man es mitnimmt, ob man es macht. Wahrscheinlich, ja doch, ich würde es dann auf jeden Fall machen, klar. Also ich würde nügen, wenn ich es nicht machen wollen würde, dann nochmal Profi zu sein. Ich sage mal so, ich habe zwei Söhne. Meine Träume leben natürlich halt in meinen Kindern weiter oder mit meinen Kindern weiter. Klar hoffe ich, dass ich dann halt durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, sei es in der zweiten griechischen Liga gespielt, in der Regionalliga jahrelang gespielt, jetzt auch Oberliga, ein gestandener Spieler. Ich habe es, denke ich mal, relativ weit geschafft. Ich hoffe natürlich, dass für meine Kinder, dass natürlich dann nochmal irgendwie vielleicht in entscheidenden Situationen, wo ich halt vielleicht keinen Rat hatte oder nicht wusste, wie verhalte ich mich, habe da eventuell auch falsche Leute gehört, eventuell auch falsche Berater, wie auch immer. Da hoffe ich einfach, dass ich meinen Kindern da halt einfach dann die Erfahrungen, die ich halt erlebt habe, dass ich die halt dann da einfach zu einer besseren Entscheidungstreffung beisteuern kann. Aber klar, meine Ziele sind es natürlich, dass ich wirklich halt eventuell in weiteren Formaten dann noch mich sehe. Auch ein Ziel wäre natürlich Famefighting, da sehe ich mich halt wirklich und ich hoffe, dass es halt einfach dann auch meine Art, wie ich halt bin. Ich will mich halt nicht verstellen für irgendwas, ich will so sein, wie ich bin, einfach durchgeknallt und ja. Papa, super sympathischer Auftritt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und ich bin sicher, der eine oder andere Stammi schaut bei dir bei Instagram jetzt mal vorbei. Vielen Dank. André, ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung und es war ein cooles Gespräch mit dir und ja, ich danke dir auf jeden Fall vielmals. Richtig guter Kerl und da merkst du natürlich auch schon, was für Perspektiven Spieler haben. Gerade wenn die, ich meine, er hat jetzt natürlich auch Glück mit seinem Namen, der heißt Papa, da werden sowieso gleich alle hellhörig. Dann hat er ein paar gute Spiele gemacht, schon viele Tore geschossen. Da kannst du schnell einen Kultstatus erlangen und dann möglicherweise tatsächlich ein Influencer werden im Sportbereich. Absolut. Und ich würde auch sagen, das ist so ein Aspekt, der aus meiner Warte ziemlich gut funktioniert. So, das war vorher schon bei der Kings League so, wenn man denen mal folgt, auf Instagram oder sonstigen Social Media. Weil Border League genauso, so diese Dynamik dahinter, aus vielen Aktionen schnelle Social Media Snippets zu machen. Also kleinteilig, dass irgendwie die spannenden Sachen von so einem Spieltag aufzumalen, das klappt super gut. Also Sascha Bigalke, der glaube ich an jedem Spieltag da jetzt schon mal einen geilen Tunnel geschoben hat, irgendwelche verrückten Torwartparaden. Teilweise auch Fans, die da mit echt verrückten Maskottchen oder Kostümen ankommen in die Halle. Das Spannendste und Aufregendste und Dynamischste mir rausziehen aus dem Spieltag. Auf Social Media, das funktioniert in meinen Augen schon total gut. Und davon kann ja auch der einzelne Spieler profitieren. Lass uns kurz darüber reden, was die einzelnen Akteure davon haben. Also Beispiel Montana Black, der ist ja Vereinspräsident, der hat schon ordentlich Werbung für seine neuen Gönnergy Sorten. Der hat ja einen Energy Drink, der heißt Gönnergy, da hat der schon richtig Werbung für gemacht während dieser Border League jetzt. Also was der davon hat, ist klar, Reichweite für das nächste Produkt zum Beispiel. Auch andere, ich sag mal Influencer, können natürlich ihre Reichweite dadurch steigern. Ist ja klar, je mehr Influencer zusammen oder aufeinandertreffen, desto größeren Multiplikator haben die. Was haben die Spieler davon, außer, dass sie möglicherweise auch zu den nächsten Influencern werden? Erstmal auch viel Spaß, das gilt, glaube ich, für alle. Das darf man unterschätzen. Letztlich geht es auch immer noch um Fußball und dass man mit vielen anderen Verrückten oder Fußballverrückten unterwegs ist. Für die einzelnen Spieler, es gibt in der Kings League Fälle, wo dann Spieler auch noch geholt wurden, jetzt nicht in die erste Liga, aber zumindest vielleicht in die zweite, dritte oder in der ausländischen Liga. Ich glaube, nach Morocco ist dann jemand gegangen. Also das kann auch fußballerisch eine Bühne irgendwo sein. Also quasi den Nada-Jendawi-Weg, weißt du, dass man sagt, man macht auf sich aufmerksam und möglicherweise hat man dann doch die Möglichkeit, irgendwo vorzuspielen und sich dann zu beweisen. Genau, dass jemand da so die Qualitäten sieht und da vielleicht ein, ja, was Spannendes daraus macht. Daraus könnte wiederum der Verein, der ihn auftimmt, der auch was haben, weil man sagt, hey, ich habe jetzt den aus der Border League, Icon League, sonst wie. Trikot-Verkäufe. Und der ist nicht verkehrt und kommt mal zu unseren Spielen deswegen. Dann ist, glaube ich, ich kenne die Zahlen nicht und das ist ja auch ein bisschen abzuwarten, der Business Case dahinter, glaube ich, auch nicht verkehrt. Also wenn man sich anguckt, dass so ein Portal wie Xing die Border League da komplett sponsert, mit allen Trikots. Die Kings League hat den ganzen Namen auch an so ein Jobportal verkauft, das heißt jetzt Kings League Infojobs oder so. Da sind riesige Sponsoren die ganze Saison mit dabei. Diese drei Action-Minuten sind verkauft an Vodafone und Samsung. Also man kommt wahrscheinlich selten an so eine genaue Zielgruppe, nämlich junge Leute, Streaming-affin und Fußball-affin. Kommt man selten an so eine Zielgruppe so gut ran, als vielleicht dabei. Deswegen bringt das natürlich auch den Organisatoren einiges. Dann lass uns ganz kurz noch zur Icon League kommen. Darüber weiß man bis jetzt am wenigsten. Also klar, auch da hat man schon ein paar sehr prominente Teamchefs gesehen. David Alaba ist mit dabei zum Beispiel. Elias Nährlich, Toni Kroos, auch reich, verhaltenmäßig sicherlich absolut stark. Also Toni Kroos ja nicht nur als Spieler von Real Madrid, sondern auch mit seinem Podcast. Also der hat ja wirklich eine Menge Möglichkeiten. Was erwartet uns da und was machen die anders? Du hast ja da auch schon mit Verantwortlichen gesprochen. Was am Ende konkret anders wird, kann man auch gar nicht so unbedingt sagen, weil jetzt Regeln und Ansatz und noch mehr Namen sollen wir schon feststehen, ohne dass wir bisher bekannt sind. Das kann man auch gar nicht so unbedingt sagen. Klar ist, dass das Großteil ziemlich viel unterwegs ist, da auch stundenlang Probe macht, auch in Madrid sich da Zeit freischaufelt mit den genannten Namen, die ja vom Impact her ordentlich Masse haben. Auch so, wer das dann so geteilt hat, also da gibt es dann so Marcelo, Sergio Ramos und so, dann haben noch mal mehr Leute, was schon von der Icon League vielleicht gehört. Bei Instagram zum Beispiel haben die auch schon mehr Follower als die Boller League, obwohl die noch gar nicht losgelegt haben. Also auch so einen kleinen Blick drauf. Aber es ist eben noch ein bisschen offen, was das dann genau ist. Ob man sich da genau anruft, was die Boller League macht, ob man da jetzt schon feste Konzepte hat, nur noch nicht groß verraten will. Wir werden dann gucken, wie die ganze Dynamik hinter dem Thema ist. Wenn es dann nach der IEM erst losgeht, das ist natürlich noch ein ordentliches Stück hin. Deswegen sozusagen so viel im Detail, da kann man dann auch noch nichts zu sagen, außer eben, dass es einen ordentlichen Aufprall haben wird. Lass uns am Ende darüber sprechen, für wen das was ist und wie die Zukunft aussehen könnte. Also die sprechen ja gezielt die junge Generation an. Absolut. Ist ja immer die Frage, oder viele, die draufschauen, sagen immer, ja, und ist das eine Konkurrenz für den klassischen Fußball? Genau. Und irgendwie ablösen, wo alle, sei es Piqué, sei es die Macher von Boller League, von Icon League, die da draufschauen, sagen, nee, das ist nicht das Ziel. Das wird es auch nicht sein, dass jetzt sozusagen der gleiche Fan aufhört, die Sky-Konferenz am Samstag zu gucken und dafür nur noch Boller League. Das sieht man ja auch an den Tagen, wann das stattfindet. Das ist ja immer nochmal ein Zusatzprodukt dazu. Aber das ist eben nochmal eine kleine Abwechslung ist und dass man weiterhin beim Fußball dabei bleibt. Spannend ist ein bisschen, glaube ich, was im Hintergrund läuft, ob es da Absprachen gibt oder das soll es auch geben mit den Verbänden, dass sich so Liga, also DFL, La Liga oder auch die Verbände das genau angucken, wie man da irgendwie mit einsteigen kann. Gibt es noch, glaube ich, keine größeren Kooperationen oder irgendwas, was bekannt ist. Aber das ist, das ist was für junge Leute. Als Live-Event, ich bin jetzt auch gerade 30 geworden, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal ganz jung bin, aber zumindest noch etwas jung, waren die sechs Stunden da in Malaga echt gute Unterhaltung. Also auch wenn es jetzt auf Spanisch war, aber da habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und was man gesehen hat, es ist schon auch die, ja, Elterngeneration jetzt, die auch mit dabei waren. Ich habe da auch Vater-Sohn-Gespanne gesehen oder auch Mutter-Tochter, die dann mit dem Merch ihrer Kings League-Teams da auftauchten und genau Bescheid wissen und dann über die Kinder da so reingebracht wurden. Die suchen sich dann vielleicht nochmal einen anderen Influencer oder suchen sich dann eher jemanden wie Kacias, den man noch aus, würde ich sagen, von früher kennt, aber die dann auch so da reingezogen werden. Das muss jetzt nicht heißen, dass es nur was für 14-Jährige ist. Vielleicht für die Stammis, die noch gar nichts davon gesehen haben und sich jetzt überlegen, reinzuschauen. Also auch Border League läuft montags sogar im Free-TV tatsächlich. Ich glaube, das Topspiel läuft im Free-TV bei ProSid Max. Worauf müssen die sich einstellen? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mir schon ein paar Sachen angeguckt. Das ist interessant, das ist schnelllebig, das ist für die Generation, glaube ich, ganz gut, in Sachen Aufmerksamkeit, aber das ist kein Profi-Fußball-Niveau in den allermeisten Fällen. Darauf muss man sich auch einstellen. Genau, das ist unterhaltsam, auch dann teilweise durch die Regeln. Da fallen natürlich auch viele Tore und das ist jetzt wenig Mittelfeld-Geplänkel, sondern man geht natürlich auch oft in Richtung der Tore. Und was ich, glaube ich, empfehlen würde, wäre zumindest sich mal so ein bisschen vorher zu informieren, wer spielt wo, auf wen sollte ich achten, vielleicht auf welchen Ex-Profi, wo in der einen Mannschaft, wer ist da irgendwo der Influencer oder die Legende, die Teamchef ist, wo kommen die irgendwie her, wer hat da vielleicht mit wem schon mal eine Fede oder eine Freundschaft oder sowas. Also, dass man so ein bisschen in die ganze Vorgeschichte eintaucht, dann ist es, glaube ich, noch mal spannender, als wenn man jetzt ganz aus der kalten Hose jetzt sich ein Spiel anguckt und denkt, das ist jetzt irgendwie Arsenal gegen Chelsea, sondern dass man so ein bisschen in der Gesamtunterhaltung auch da vielleicht noch mal die Co-Kommentatoren sich genau anguckt oder die Interviews dazwischen oder mal auf Social Media so ein bisschen das ganze Narrativ dazu sich anguckt. Das würde ich, glaube ich, schon empfehlen. Ja, das klingt jetzt erst mal viel, ist aber am Ende gar nicht so super kompliziert. Also, man sollte sich einfach mal darauf einlassen, wenn man Bock hat. Absolut. So sehr das alles noch an manchen Stellen ein bisschen ruckler oder sich noch zurechtweisen muss. Aber allein die Idee und die Namen dahinter versprechen schon mal gute Unterhaltung, finde ich. Lukas, ich danke dir. Wir machen heute den Deckel drauf und mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vielen, vielen Dank und bis bald. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.